Schauen wir mal, was ein Aufleben ist. Und natürlich, das Aufleben ist eigentlich, wenn man nette Leute in der Familie hat. Wenn die Kinder in der Früh kämen, wir schlafen wieder herunter. Wir sind öfter matriert und gesiedelt. Mit den Kindern? Nein, Frauen und ihr Land. Die Kinder haben den lieben, einige zu betreuen. Meine Mutter wird jetzt 94. Die älteste Doktor richtet deres Frühstück her. Und die jüngste Doktor richtet den ältesten Brüderes Frühstück her. Und wenn die auf der kämen und sagen, dass er aus Gangluft ist, ist auch gut.